Theodor Frings war ein deutscher germanistischer Mediavist und Linguist. Leben Der Sohn eines Buchbinders bei Krefeld studierte Germanistik und Romanistik in Leipzig und Marburg. Während seines Studiums wurde er Mitglied beim Verein Deutscher Studenten in Marburg. Er promovierte 1911 bei Ferdinand Frede in Marburg mit dem Thema Studien zur Dialektgeografie des Niederrheins zwischen Düsseldorf und Aachen. 1915 folgte die Habilitation bei Rudolf Meissner in Bonn, 1917 wurde er R.A.O. Professor an der Universität Bonn. 1919 wurde Frings dort ordentlicher Professor für deutsche und niederländische Philologie. 1927 Professor für Germanistik an der Universität Leipzig bis zusammen Ruhestand 1957. Er nahm auch zahlreiche Gastprofessoren im Ausland wahr. So 1922, 23. an der Universität Amsterdam. 1933 unterzeichnete er das Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat. 1938 bezeichnete er das Völkische und Nationalsozialistische Institut für geschichtliche Landeskunde, IGLE. In Bonn als eines der erfolgreichsten wissenschaftlichen Institute Deutschlands und eines der wachsamsten Grenzinstitute deutscher Geschichtswissenschaft. Als zweiter Gründervater des IGL heuerte er nach der alliierten Befreiung Deutschlands kurzfristig wieder am Institut an. Frings zog dann in die sowjetische Besatzungszone. In den Jahren 1946 bis 1965 war er Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Auch leitete er das Institut Deutsche Literatur und Sprache der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Frings war überzeugt, dass die Sprachgeschichte ein wesentlicher Kern der Menschheitsgeschichte ist. Ehrungen Im Gedenken an Theodor Frings verleiht die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig den Theodor Frings-Preis. 1949 erhielt er den Nationalpreis der DDR II Klasse für Wissenschaft und Technik. 1961 erhielt er als Teil des Kollektiv des Deutschen Wörterbuches den Nationalpreises der DDR I Klasse für Wissenschaft und Technik. 1954 wurde er mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber und 1959 in Gold ausgezeichnet. Trivia Kurz vor seinem Tod verlieh ihm die Dülkener Narren Akademie die Ehrendoktorwürde. Werke Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache Max Niemeyer, Halle III. erweit Aufel Geschichte des Rheinlandes von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart Zwei Bände Von Hermann O.B.T.H. Frings U.A.G. Die BDK Essen 1922 Politische Geschichte Kulturgeschichte Rheinische Sprachgeschichte Essen 1924 54 S. Aus der Wortgeografie der Rhein und Niederlande Heidelberg 1924 In Beiträge zur germanischen Sprachwissenschaft Festschrift für Otto Behagel Sprache und Siedlung im mitteldeutschen Osten Berlin 1933 in Forschungen und Fortschritte 9.S.3.Z. Die Grundlagen des Maisnischen Deutsch Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der deutschen Hochsprache Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen In Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Die niederländischen Baumnamen des Typos Häusler Haselnuss-Strauch Z.D.T. Altertum 66 S. Mit W von Wartburg Französisch und Fränkisch in Zeitschrift für Romanische Philologie 57 S.